Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Warum so viele erfolgreiche Menschen meditieren Längst sind die Zeiten vorbei, als Meditationen noch in der Esoterik- und Sektenecke angesiedelt waren. Heute meditieren nicht nur viele Prominente, sondern auch Spitzensportler, Lieder und ganz allgemein Menschen, die sich privat und beruflich besser fokussieren wollen, ihren Stress abbauen wollen und einfach ein gesundes und qualitativ hochwertiges Leben anstreben. Meditation und Business Im Business-Bereich schwören Angestellte, Führungskräfte und Unternehmer immer mehr auf die umfangreichen positiven Wirkungen der Meditation und in deutschen Konzernen breiten sich gerade nach Silicon Valley Vorbild Angebote zur Büromeditation aus. Auch Meditations-Apps gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Hier kann man sich dann von der Stimme aus dem Smartphone durch die Meditation führen lassen oder einfach einen schönen Sound und natürlich einen Timer einstellen, um rechtzeitig zum nächsten Meeting erscheinen zu können. Die positiven Wirkungen der Meditationen sind fast so vielfältig wie das Spektrum der verschiedenen Meditationsarten und Techniken. Immer wieder genannt und besonders beliebt sind Achtsamkeitsmeditationen, wie sie etwa nach John Kabat-Zinn praktiziert werden. Aber auch Atemmeditationen, Body Scans, Visualisierungen, Bewegungs- oder Zen-Meditationen können Dich produktiver werden lassen und Deine mentale Stärke steigern. Viele Meditationsformen wurden heute auch schon wissenschaftlich untersucht und deren positiver Nutzen nachgewiesen. Bei der Vielzahl der Ansätze ist eigentlich für jeden etwas dabei und man kann je nach Neigung und Themenschwerpunkt das Passende für sich finden. Denn das ist das Schöne am Meditieren. Man benötigt eigentlich so gut wie nichts und kann es jederzeit und ohne besondere Ausbildung oder Erkenntnisse einfach tun. Markenbotschafter der Achtsamkeit Von vielen erfolgreichen Menschen ist bekannt, dass sie meditieren. Unter ihnen beispielsweise Künstler und Schauspieler wie Tom Hanks, Paul McCartney, Jennifer Aniston oder Jeff Bridges. Aber auch Businessgrößen wie Rupert Murdoch, Evan Williams, Twitter-Mitbegründer, oder Ford-President Bill Ford haben begriffen, wie wichtig ein regelmäßiges Training für den Geist ist. Die Gründerin der Huffington Post meditiert seit Jahrzehnten täglich und erklärt, dass für sie die Essenz ihres Achtsamkeitstraining, das bessere Zusammenspiel von Empathie auf der einen und Konzentration auf der anderen Seite sei. Mit der Meditation habe sie eine Methode gefunden, Herz und Geist miteinander zu verbinden und selbst unter hektischen Umständen ruhig und gegenwärtig zu bleiben. Auch Steve Jobs erkannte den Nutzen der Meditation. Es half ihm dabei, sich frei von Ablenkungen zu machen und sich nicht von voreiligen Gedanken und Gefühlen bestimmen zu lassen. Er führte bei Apple tägliche Meditationsübungen ein und es wäre wirklich spannend herauszufinden, inwiefern auch solche Routinen zum heutigen Erfolg eines der größten und erfolgreichsten Unternehmen beigetragen haben. Meditation im digitalen Zeitalter Bereits mit 19 reiste Steve Jobs nach Indien und lernte Zen-Meditation. Für ihn war besonders die Entfaltung der Intuition ein wertvoller Zugewinn. Er lernte, die Dinge ganz klar zu sehen und durch den beruhigten Geist Dinge in sich wahrzunehmen, die man sonst durch ständige Ablenkungen entgangen wären. So legte Jobs gewissermaßen den Grundstein für den Einzug der Meditationspraxis in die moderne Geschäftswelt. Bei Google gibt es heute zum Beispiel sogenannte Mindful Lunches in Stille und Gärten mit Labyrinthen für G-Meditationen. Twitter und Facebook veranstalten regelmäßige Meditationssessions und selbst beim Weltwirtschaftsforum in Davos lernen Manager und Konzernlenker, wie man Achtsamkeit praktiziert. Der deutsche Software-Riese SAP bietet seinen Mitarbeitern nicht nur kostenlose Achtsamkeitsseminare an, sondern hat inzwischen sogar einen eigenen Director Global Mindfulness Practice. Im Grunde ist es nicht verwunderlich, dass unsere rasante und hochtechnisierte Welt nach einem Gegengewicht in Stille und Schlichtheit verlangt. Nach einer langen Phase von immer schneller, immer mehr, Koffein, Überstunden und Burnout hat ein Bewusstseinswandel eingesetzt. Heute geht es natürlich immer noch um Effizienz und Produktivität, aber eben auch um Nachhaltigkeit, Ausgleich und Balance. Hinzu kommt ein verstärktes Interesse an der eigenen Gesundheit, welches letztlich auch durch unseren enorm gesteigerten Zugang an Informationen durch das Internet zugenommen hat. Ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Jetzt bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Mark und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's weiter hier. Wissenschaftliche Studien belegen die Wirkungen der Meditation. Eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien hat sich mit den verschiedenen Wirkungen der Meditationspraxis befasst und konnte diese bestätigen. Die meisten Studien konzentrieren sich dabei auf die gesundheitlichen Aspekte sowie auf die Wirkungen und Vorgänge, die im Gehirn ablaufen. Aber auch positive Effekte bei Suchterkrankungen, Depressionen oder beispielsweise beim Alterungsprozess wurden untersucht. Die Achtsamkeitspraxis nach Kabat-Zinn wurde beispielsweise in einer Metastudie vom Universitätskrankenhaus Ahus untersucht. Es zeigte sich, dass die Methoden sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene in vielen Fällen ihren Zweck erfüllten. Körperliche Beschwerden konnten gelindert, Stress abgebaut und Angstpatienten beruhigt werden. Der Mindful Research Guide gibt einen guten Überblick über die wichtigsten wissenschaftlichen Studien zum Thema Achtsamkeit. Das kann dir eine regelmäßige Meditationspraxis bringen. Konzentration und Fokus Die positive Wirkung der Meditation auf das Gehirn ist heute unbestritten. Besonders der Zuwachs im Bereich der Großhirnrinde ist dabei interessant, denn diese ist für das Gedächtnis, das Lernen und die Konzentrationsfähigkeit zuständig. Man kann sagen, dass insgesamt die kognitiven Fähigkeiten gesteigert werden und wer über einen etwas längeren Zeitraum regelmäßig meditiert, wird diese Einschätzung sicher teilen. Es fällt leichter, sich zu konzentrieren und den Fokus auch bei Ablenkungen und Nebenschauplätzen nicht so schnell zu verlieren. Mentale Stärke Die Kategorie mentale Stärke betrifft eher die psychischen Aspekte und ist natürlich entsprechend subjektiv. In vielen Fällen berichten Menschen aber, wie die Meditationspraxis ihnen dabei hilft, Ängste abzubauen und insgesamt auf der emotionalen Ebene stabiler zu agieren. Probleme können aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden, unangenehme Emotionen insgesamt abgemildert werden. Auch macht die Meditation viele Menschen selbstbewusster und steigert ihr Selbstwertgefühl. Kreativität und Intuition Durch die innere Klarheit und Ruhe kann sich durch Meditationspraxis die Intuition sehr gut entwickeln. Zudem wird durch die zunehmende emotionale Stabilität der Neokortex angeregt. Diese Hirnregion ist für die Kreativität zuständig. Kreatives Denken fällt uns so leichter und gute Ideen kommen ganz von alleine, da der Geist durch die Meditation offen und empfänglich wird. Häufig werden kreative Prozesse durch den inneren Schweinehund, Zweifel und andere Störgefühle gehemmt. Die Meditation schafft gute Voraussetzungen, um solche Störgefühle durch Reflexion identifizieren und abstellen zu können. Gesundheit Wer meditiert, kann oft deutlich einen Energiezuwachs wahrnehmen. Man ist einfach fitter, dynamischer und trotzdem gelassener. Meditationen können zudem den Blutdruck senken und das Immunsystem stärken. In vielen Fällen verbessert sich auch die Qualität des Schlafes und man kann auch besser einschlafen. Zudem können Schmerzen jeglicher Art durch Meditationen häufig nachhaltig gemindert werden. Durch die Praxis wird der Serotin-Spiegel erhöht, was sich insgesamt auf unser Wohlbefinden auswirkt und eine gute Basis für ein gesundes Leben bildet. Gelassenheit und Freude Die Meditation hilft uns dabei, Stress abzubauen, beziehungsweise diesen erst gar nicht entstehen zu lassen. Man lernt, sich über viele Dinge gar nicht mehr aufzuregen und Konflikte nicht persönlich zu nehmen. Wir fangen an, uns nicht mehr mit Problemen zu identifizieren, sondern lernen, diese mit Abstand zu betrachten und konstruktiv zu transformieren. Es entsteht die Möglichkeit, sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und diese dankbar zu genießen. Die Gedanken rasen nicht mehr dauerhaft im Kopf und es muss nicht mehr alles zerdacht werden. All dies führt zu einer starken, reflektierten Beziehung zu uns selbst und somit auch zu unserer Umwelt. Just do it Es gibt also viele gute Gründe, mit der Meditationspraxis zu beginnen. Wichtig ist, sich zu Beginn nicht zu überfordern, da dies die Motivation schnell schwinden lässt. Es macht wenig Sinn, sich direkt vorzunehmen, ab morgen täglich eine Stunde zu meditieren. Zu empfehlen sind zunächst kurze Einheiten, die man nach und nach in der Länge steigert. Auch sollte man sich einen kleinen Überblick über die verschiedenen Ansätze und Methoden verschaffen und etwas finden, was den eigenen Neigungen und dem Zweck entspricht. Grundsätzlich ist dann Regelmäßigkeit schon ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Bei der Meditation müssen übrigens keine komplizierten Sitzhaltungen eingenommen werden, vielmehr ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt und möglichst viele Störquellen ausschaltet. Neben der formellen Meditationspraxis ist es zudem sinnvoll, kleine Zeitfenster im Alltag für die kleine Praxis zwischendurch zu nutzen. Das kann eine Bahnfahrt oder die Mittagspause sein oder zum Beispiel zehn bewusste Atemzüge vor dem nächsten Meeting. Die Kür besteht letztlich darin, die meditative Haltung und die positiven Effekte aus der Praxis auf das gesamte Leben auszudehnen. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Denen empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam. Das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.